Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Max und ich habe wieder ein Paket zugeschickt bekommen und da sind wahrscheinlich ganz viele Sachen drin, die ich auspacken soll. Und ich zeige euch mal, was da in den nächsten Tagen und Wochen auf euch zukommt. Ich bin selbst auch gespannt. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Oh, das ist mehr als ich dachte. Unter anderem gibt es eine Rocket Cone Phantom White. Rocket Cone Pure Phantom White. Sehr geil. Super geil. Was haben wir noch? Oh, auch sehr schick. Eine Cupid OM75. Eine Maus, ebenfalls in weiß. Ganz schöner Klopper. Interessant. Was haben wir denn noch? Und zwar haben wir ein Headset, das Cupid QH90. Freue ich mich auch schon drauf. Ziemlicher Brummer. Und noch ein Headset. Das ist das Razer Chimera 5.1. Riesenkarton. Und auch ein schickes Headset. Ja, auch darauf freue ich mich. Was haben wir noch? Eine Festplatte. Eine MXDS Fusion SATA 3 Solid State Drive. Ja. Mal gucken, was es da so auszupacken gibt. Ich denke, das wird vielleicht eher ein kleines Review. Da werden wir mal schauen. Und es gibt ein Keyboard. Und zwar das Cupid MX 85. Schwerer Karton. Ja, also das sind all die Produkte, die es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen aufzupacken gilt. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darauf. Bis dann. 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 Vielen Dank.